Herzlich Willkommen zu einer kleinen Runde Sky Force wieder mal wieder auf TheWaste.net und wir starten schon wieder mit derselben Karte glaube ich sogar wie letztes mal aber die letzte Folge ist ja mittlerweile zwei Wochen her aber das soll uns ja nicht hier weiter stören denn ich hoffe es passiert nicht wieder so ein Film wie beim letzten Mal das war ja wirklich grenzwertig an Dummheit hier drehen wir uns an der Kiste umbögen das ist schön das das oder das das ok Bogen ein Pfeil haben ja ok nicht mal verzaubertes Schwert schlecht Schnelligkeit direkt also so haben wir wenigstens gleich die Chance jemanden wow meine ich sind schon drüben die Chance jemanden rüber zu schießen ich bin dorthin wir sollten ja alles haben ah scheiß Schnee vielleicht wird das bald passieren irgendwann kann ich auch fast britchen ich hoffe es ich habe ein Steinschwert dieahelm ok Heisenschwert Gott sei Dank das bringt Mensch ich müssten runterschießen was habe ich hier liegen gelassen die Insel ist frei Gott hier kommt keiner hinterher ich würde mal sagen wir bauen jetzt mal einfach hier rüber in der Hoffnung dass jetzt nicht gleich einer kommt und mich runterschopst was sagt ich wir sehen es nach einem kurzen Cut wieder so guter sind wir bei der zweiten Runde wir fallen schon wieder runter diesmal eine andere Map nämlich Skyship mit einem Teampartner oh zwei Pfeile ganz nice oh noch ein Boden Diaschwort ich glaube das könnte eine gute Runde werden weil ich mich nicht so doof anstelle so erstmal müssen wir dann hier ändern genau drei Pfeile ist nice tja bloß kein Equip Call TNT so hier waren wir zwar schon drinnen jetzt ist hier aber anderes Zeug drinnen ok da waren wir hier vielleicht auch noch nie drinnen so das an das an gut Angel sollte man alles haben ich habe den Hirt die 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 schweißer Das war nicht klug. Das kann man nie überlebt haben. Aber hat meine Drohe gesprengt, die ich looten wollte irgendwann vielleicht. So, aufpassen. Hier ist gerade nichts. Oh, wir haben keine Blöcke, ey. Das kann ja Uni sein. Ah, siebze Stein geht da. Oh. So, dann schnell rüber, aufs Schwert wechseln. Wow, ein bisschen Tierzeug. Das ist natürlich ganz nice. Nice. Frage hat das mehr? Ja. So, hier war ich glaube ich noch keiner, oder? Ja, ist klar. Warte mal. Wir sind auf dem TheWay-Server. Nice. Wir wurden von wem getötet? Christ, hrde. Der ist noch on, der ist gelb. Okay, also das war echt merkwürdig. Ich würde sagen, wir sehen uns in ein paar Sekunden bei einer dritten Runde wieder. So, da sind wir auf der dritten Map diesmal. Snow Escape. Ich glaube, die hat man sogar... Ja, die hat man als erstes schon mal. Aber wir hatten hier ja nicht so viel Glück. Oh, wir haben sogar nicht mal schlechten Stuff eigentlich. Vorher, jetzt vergesse ich, Blicke nehme ich lieber auch mit. So. Rein hier. Ist das eigentlich immer offen? Oh, ein bisschen Eisenteug. Das ist ganz nett. Kurze Krippen. So, Eisensword. Direktheilung, Schnelligkeit. Da gibt es zwei Minuten. Hey, warum? Ich plus eine Minute und ab. Das verstehe ich jetzt nicht. So, in der Droh ist hier noch. Okay. Echt kein gutes Zeug, aber es macht nichts. Aber ich brauche natürlich noch ein paar Pläcke. So, es liegt ein Tobi und jetzt rüber. Wehe, jetzt kommt wieder so ein unsichtbares Schwert, also. Ja, wenn ich den Jump verkacke. Oh, Diaswort besser. Bogen, ich brauche bloß noch Pfeile. Das ist noch okay. Hä? Ach, hier. Ich habe gerade nichts. Oh, Diazeug, eine Angel. Dia Boots. Angel. EP. Warte mal, hier gibt es doch. Ist das da drüben? Ne. Ach, das ist mein Weg. Gab's nicht mal Inseln mit? Hier ist überall jemand. Oh, Scheibenkleister. Ich habe keine Pfeile. Drüben ist keiner. Oder kommt garantiert. Vielleicht gleich, aber. Egal, wir müssen es riskieren. Entschuldigung. Ne, gut, hier ist keiner. Okay, hier ist nur Müll. Äh, wo ist die andere Kiste? Dort drin. Ja. Ich bin so am Zittern, sozusagen. Ich kann sagen, dass ich schon nichts mehr sehe. So, jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Relativ. Ja, Junge, ist klar. Komm auf meine Insel. Verzaubertes Dia-Schwert. Ich hasse ihn jetzt schon. Haben wir TNT? Ja, und ein Feuerzeug. Okay, das ist direkt reiner. So, den Weg haben wir erstmal kurz abgeschnitten. Jetzt müssen wir uns einfach mal beeilen. Ich glaube, man plöken sieht es eng aus. Aber die bekämpfen sich gerade gut. Das heißt, wir können... hier rüber. Das war falsch. Die wurden schon gelootet, hä? Ja. Wiese von dort. Dann gehen wir einfach mal hier rüber. Oh ja, den können wir recken, den können wir recken, den können wir recken. Ey, ich habe mal einen gekriegt. Diabu-Zeug. Nice. So, jetzt bloß nicht unachtsomt werden. Hier sind Pfeile. Oh, Enderpearl. Okay, ich habe ein Dia-Schwert gerade weggeworfen. Dia-Schwert. Hier sind noch Pfeile. Okay. Ich habe jetzt verletzt. Jetzt haben wir gute Koffen. Scheiße, ich habe die Änderung. Das war's nie. Das war Dämli und wir waren... Der vorletzte Lebende. Okay, wir waren Zweiter. Scheibenklaster. Gut, das war's dann auch für heute. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. 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 wirklich Koffen. Vielen Dank.